Eine Wohnungssiedlung im niedersächsischen Papenburg. Zu weiten Teilen besteht sie aus Eigentumswohnungen, beliebt auch bei Feriengästen und Werftarbeitern. Hier hat Horst Amann eine Wohnung erworben, will die nächsten Jahre in Ruhe leben. Das sieht eine Mehrheit der Eigentümer auch so. Man will kein ständiges Kommen und Gehen im Haus, hat einen entsprechenden Eigentümerbeschluss gefasst. Diese Kurzfristvermietung führt dazu, dass wir es mit dauernd wechselnden Leuten im Hause haben, die niemand kennt, die kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit und gehen wieder. Man trifft sie um Mitternacht im Flur oder in der Garage. Diese Leute haben Zugang zu allen Gemeinschaftsräumen, zur Garage. Doch die Mehrheit hat die Rechnung ohne eine einzelne Eigentümerin gemacht. Die, will auch kurzfristig vermieten, hat gegen den Mehrheitsbeschluss geklagt. Bislang mit Erfolg. Die Vorinstanzen urteilen, dass die Eigentümerin mit ihrer Wohnung machen kann, was sie will. Die Mehrheit hält dagegen. Wir haben auch Eigentumsrechte. Und mit ihrer Vermietung sind unsere Eigentumsrechte ja auch erheblich geschädigt. Das haben die Gerichte nicht berücksichtigt. So ist die Eigentümermehrheit in Revision gegangen. Vor dem BGH verteidigt der Anwalt der einzelnen Eigentümerin ihre Rechtsauffassung. Also man darf ja auch was mit Mehrheit ändern, aber nur dann, wenn man nicht in die Individualrechte von anderen Wohnungseigentümern eingreift. Wenn ein Wohnungseigentümer das Recht hat, seine Wohnung kurzfristig zu vermieten, dann hat er nun mal das Recht. Und wenn ich darin eingreife, dann greife ich letztendlich in den Kernbereich seiner Rechte ein. Und das darf ich nicht durch Mehrheit, das darf ich nur, indem ich ihn mitnehme und dann einvernehmlich die Teilungsvereinbarung und Erklärung ändere. Vor dem BGH geht es um grundsätzliche Fragen, was Wohnungseigentümer dürfen, gerade auch im Hinblick auf neuere Vermietungskonzepte wie Airbnb. Nicht nur in Feriengebieten wie hier in Papenburg wird dieses Verfahren mit Interesse verfolgt. Ob der BGH noch am Nachmittag sein Urteil verkündet, ist offen.